Herrschaften, unser täglicher Kontrollgang beginnt in exakt zwei Sekunden mit der Abteilung für Spannung. Spannung ist gut, aber es ist nichts ohne. Na, Möller, wissen Sie es? Spiel, Herr Direktor, Spiel. So ist es. Auf zur Abteilung für Spiel. Nun die Abteilung für Schokolade. Denken Sie nicht mal dran. Und hier kommt alles zusammen. Spannung, Spiel und Schokolade. Ich liebe diesen Beruf. Das bleibt natürlich streng geheim. Kinderüberraschung wünscht allen fantastische Weihnachten.